Das Baden an diesem Strand in Malaga ist jetzt sicherer denn je, dank einem weltweit neuen Rettungshilfsmittel Punto Naranja. Allein in Spanien ertrinken in den Monaten Juli und August jedes Jahr 200 Menschen. Der Punto Naranja koppelt die Rettungsschwimmer mit dem Strand, sodass diese es nur bis zum Unfallopfer schaffen müssen und das Gerät führt sie automatisch an den Strand zurück. Es kann auch andere Badende, die in Gefahr sind, erfassen und so häufige Unfälle vermeiden. Eine kostenlose Handy-App zeigt, wie das Gerät zu benutzen ist. Am Malagueta-Strand gibt es bereits drei Geräte und das Ziel des Stadtrats von Malaga ist eine Installation von weiteren 30. Andere spanische Strände verkündeten ihr Interesse und auch in Frankreich, Italien, den USA und in Mexiko findet die Erfindung Anklang.